Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Ja, 60.000 Menschen sind in Südtirol mittlerweile gegen das Coronavirus geimpft. Geplant wäre gewesen, dass wir schon viel mehr Menschen zu diesem Zeitpunkt geimpft haben sollten. Doch das Problem ist der Mangel an Impfstoffen. Nur zur Normalität können wir aber erst zurückkehren, wenn wir so eine Art herben Immunität haben. Und das bedeutet, etwa 75 Prozent der Bevölkerung müssen geimpft werden. Was aber tun bis dahin? Die Idee lautet Impfpass. Doch nicht alle sind mit diesem Vorschlag einverstanden. Es ist ein Pass, der eine Rückkehr zur Normalität ermöglicht. In Israel wird es seit einer Woche praktiziert. Dort können geimpfte Personen mit ihrem Impfpass wieder mehr Freiheiten haben. Sie können an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, ins Kino gehen oder auch bei Sportevents dabei sein. Sie können auch Fitnessstudios besuchen oder schwimmen gehen. Ein solcher Impfpass wird nun auch von den Regierungschefs der EU gefordert. Denn er wäre vor allem für die Tourismuswirtschaft eine wichtige Perspektive. Menschen könnten endlich wieder verreisen und die Staatsgrenzen könnten geöffnet werden. Doch so leicht ist die Umsetzung nicht. Vor allem, wenn der Impfstoff knapp ist und es Prioritätenlisten gibt. Demnach kann nicht jeder Bürger selbst wählen, ob er sich impfen lässt und damit mehr Freiheiten bekommt. Gleichzeitig sagen Kritiker, dass ein Impfpass einem indirekten Impfzwang gleich käme. Sogar von einer Spaltung der Gesellschaft ist die Rede. Pro und Contra fragt, ist ein Impfpass die einzige Möglichkeit zur Rückkehr in die Normalität? Wie soll das funktionieren, wenn sich aufgrund der Impfstoffknappheit nicht jeder impfen lassen kann? Zwingt ein Impfpass die Menschen, sich impfen zu lassen und spaltet er damit die Gesellschaft? Ja, der Impfpass ist jetzt Thema und das diskutiere ich einmal mit Andreas Leiter-Reber, dem freiheitlichen Parteiobmann und Landtagsabgeordneten und mit Julia Unterberger, der SVP-Senatorin und Vorsitzenden der Autonomiegruppe im Senat. Danke Ihnen beiden für die Teilnahme. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Unterberger, Sie haben sich vergangene Woche schon als Befürworterin ausgesprochen, dieses Impfpasses. Warum denn? Ja, die Impfungen sind ja die große Chance, damit wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Und ich verstehe nicht, warum man nicht das Potenzial derjenigen, die bereits geimpft sind, nutzen kann, um zumindest denen eine Rückkehr zu ihren Freiheitsrechten zu gewährleisten, um im Tourismus zu gewährleisten, dass sie in den Urlaub fahren können. Ehrlich gesagt verstehe ich das Argument nicht ganz, dass man sagt, ja, weil ich noch nicht geimpft bin, müssen alle anderen auch zu Hause bleiben und wir müssen warten, bis alle geimpft sind. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass wenn einmal 30, 40 Prozent der Bevölkerung geimpft ist, dann kommt es allen zugute, wenn die verreisen können, wenn die sich frei bewegen können, wenn die die Wirtschaft ankurbeln. Das bedeutet für uns alle, dass wir weniger Steuergelder investieren müssen, um Erstgleichszahlungen zu machen. Und deswegen ist es eine Situation, wo alle dazu gewinnen. Herr Leiter Reber, also 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung sollen geimpft sein. Dann hätte dieser Impfpass einen Sinn. Sagt Frau Unterberger, was sagen denn Sie dazu? Ganz einfach. Jetzt sind es 8 Prozent, die die Wirtschaft ankurbeln sollten und später dann 30, 40. Aber das ist gar nicht die Diskussion. Es geht darum, ob man einen Impfpass in dieser Form einführen möchte, der ganz klar auch den Freiheitsrechten auf der anderen Seite widerspricht. Das ist auch eine ethische Frage und auch ein Grundverständnis des Gleichheitsgrundsatzes zwischen den Menschen und auch innerhalb der Europäischen Union, das in dieser Form überhaupt nicht sein muss. Und ich kann nicht verstehen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt, wo überhaupt kein Impfstoff oder viel zu wenig Impfstoff vorhanden ist, so ein Fass aufmacht und eine Diskussion lostritt, die für mich sehr kontraproduktiv ist. Denn ich bin überzeugt, dass sich sehr viele Menschen gern impfen lassen. Wir wissen es selber bei uns auch, dass die Risikogruppen hart auf Impfstoff warten. Und deswegen muss man nicht jetzt bereits hier auf Konfrontation gehen und wirklich einen Impfpass fordern, der zwischen den Menschen wirklich zu einer Spaltung führen kann. Frau Unterberger, die Rede ist von einer Spaltung der Gesellschaft, weil es immer noch viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können. Verstehen Sie das? Das sehe ich nicht so. Ich glaube auch, dass Herr Leiter Reber ein merkwürdiges Verständnis von Grundrechten hat. Es ist nämlich genau umgekehrt. Wie kann man begründen, dass man einem Menschen, der nicht mehr ansteckend ist, der für sich selber keine Gefahr mehr darstellt, die Freiheitsrechte beschneidet? Weil normal wäre ja, dass alle sich frei bewegen können. Denn wir sind ja momentan aufgrund der Pandemie und aufgrund der Tatsache, dass der Staat die Gesundheit schützen muss, sind wir alle gezwungen, Einschränkungen hinzunehmen, weil wir alle potenzielle Virenpräger sind. Wie will ich das aber? Jemanden aufoktroyieren, der eben nicht mehr ansteckend ist und der sich auch selbst nicht mehr gefährden kann. Der Gleichheitsgrundsatz, den der Herr Leiter Reber immer wieder zitiert, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Das ist Artikel 3 der Verfassung. Der sagt, dass niemand aufgrund seines Geschlechts, seiner politischen Orientierung, sexuellen Orientierung usw. diskriminiert werden kann. Natürlich können unterschiedliche Situationen in der Gesellschaft anders oder unterschiedlich behandelt werden. Ansonsten müssten ja alle gleich viel Steuern zahlen. Ansonsten wäre es ja schon ungerecht, dass jemand in einer roten und jemand in einer grünen Zone lebt. Also es gibt viele Differenzierungen in unserer Gesellschaft, die aber durch einen tatsächlichen Umstand herbeigeführt werden und nicht durch ein Merkmal der Person. Deswegen ist dieses Zitat des Gleichheitsgrundsatzes völlig fehl am Platz. Frau Unterberger, Sie haben davor gesprochen, dass Israel, oder Sie haben Israel erwähnt als Beispiel, nun befinden wir uns aber weit entfernt von den Durchimpfungsraten, die Israel hat. Nur um zu sagen, also 55 Prozent der Menschen in Israel haben mindestens eine Impfdose erhalten. Italien liegt da bei 4,9 Prozent, Südtirol bei 11 Prozent, wie Landesrat Wiedmann gesagt hat. Da brauchen wir noch lange, um diesen Standard da zu erreichen, oder nicht? Also die Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen hat gesagt, sie möchte, dass bis zum Sommer 70 Prozent aller EU-Bürger geimpft sind. Ob ihr das gelingt, weiß ich nicht. Aber der Impfpass, in diesem Impfpass ist ja nicht nur enthalten, ob jemand geimpft ist, sondern auch, ob er immun ist, aufgrund von einer bereits bewältigten Krankheit. Und zum Dritten kann man sich auch testen lassen und das Testergebnis in diesen Impfpass eintragen lassen. Das heißt, wenn jemand verreisen möchte und noch nicht die Möglichkeit hatte, sich zu impfen oder sich nicht impfen will, dann kann er sein Testergebnis da eintragen lassen und praktisch die gleichen Maßnahmen über sich ergehen lassen, wie es halt jetzt ist. Deswegen sehe ich auch nicht die große Benachteiligung. Herr Leiterreber, keine Benachteiligung für die Menschen. Also im Sommer wird ein Teil in Urlaub fahren können, bei weitem nicht alle. Ist das nicht ausreichend? Ja, ich möchte nur ganz kurz zu Frau Unterberger noch sagen, wenn sie meine Vorstellung des Gleichheitsgrundsatzes kritisiert oder nicht versteht, soweit kann ich ja noch folgen, aber die Resolution des Europarates müsste Frau Unterberger ja auch kennen und da sind die zwei Artikel, das ist ja erst ganz aktuell am 27. Jänner präsentiert, wo der Europarat ganz klar sagt, es ist sicherzustellen in den Mitgliedstaaten, dass die Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung nicht verpflichtend ist und dass niemand politisch, sozial oder anderweitig unter Druck gesetzt wird, sich impfen zu lassen, wenn er dies nicht selbst tun möchte und zweitens sicherzustellen, dass niemand diskriminiert wird, weil er nicht geimpft wurde aufgrund von möglichen Gesundheitsrisiken oder weil er sich nicht impfen lassen will. Und was wir hier dann haben, ist aber eine Diskriminierung, wenn ich als Nicht-Geimpfter Vorteile und Freiheiten genießen kann, unter anderem nicht. Und das sagt auch der Europarat und wie gesagt, ich befinde mich hier in guter Gesellschaft. Zum Urlaub selbst. Wir haben es im vergangenen Jahr ja auch gesehen und mittlerweile geben uns ja auch die weltweiten Studien recht, dass es ja auch bei Corona eine sogenannte Wintersaison gibt, wo es ansteigt. Wir haben im letzten Jahr einen relativ unbekümmerten Sommer genossen und wir haben ja auch gesehen, dass die Todeszahlen und die Infektionszahlen im Sommer stark zurückgegangen sind. Die WHO hat in der letzten Woche berichtet, dass weltweit in den letzten sechs Wochen sich die Todeszahlen halbiert haben. Also die Situation weltweit ist viel, viel besser. Wir sind da auf einem guten Punkt. Wobei man jetzt ja auch für den heurigen Sommer, zum Beispiel Malochka macht das ja gerade, die bereits schon darüber reden, dass man sagt, mit einem Test, mit einem normalen Test, 48-Stunden-Test kann man einreisen und fertig. Das war's. Also wenn ich Sie da richtig verstehe, dann sagen Sie, die bessere Lösung ist, man erhöht die Testmöglichkeiten. Ich warne einfach davor, alles auf die Impfung zu setzen und nicht alle Möglichkeiten mit einzubeziehen und vor allem auf die Antikörper. Da bin ich übrigens voll bei Frau Unterberger, dass man die Immunität und die natürliche Immunität viel mehr einbaden muss. Leider im Landtag wurde das abgelehnt hier in Südtirol, dass wir auch die natürliche Immunität berücksichtigen. Man geht ja davon aus, dass bei uns mittlerweile 66.000 Personen bereits Corona durchlaufen haben und alle in einem bestimmten Ausmaß immun sind. Und wenn man dann die Impfungen reduziert und die Personen auslässt, kommt man auch schneller weiter, um höhere Impfzahlen zusammenzubekommen. Denn die Leute oder viele Menschen warten. Ja, ha. Frau Unterberger, es ist logischerweise die Rede davon, dass der Tourismus profitieren... ... im Landtag eingebracht hat, wo er einen Immunitätsausweis fordert. Jetzt praktisch sagt da jemand, der die Krankheit gehabt hat und dadurch immun ist, da kann man differenzieren, da gilt das alles nicht, dass andere diskriminiert werden und so weiter. Nur die Impfungen darf man nicht eintragen. Also man versteht sofort, dass das ein wirklich wirrer Gedankengang ist und dass einfach seine Partei damit liebäugigt, die Impfgegner für sich zu gewinnen. Es ist auch die ganze Methode, die sie anwenden. Zum Beispiel über mich hat er einen Post gemacht, so nicht, Frau Senatorin, die Senatorin fordert einen Impfpass und dann kommen hunderte von Hasskommentaren. Also dieses Schüren von Neid und dieses Anzetteln von niederen Instinkten und Beweggründen, das ist halt leider die Maschung ihrer rechtslastigen Partei. Und deswegen argumentieren sie auch so wirr, weil man kann nicht sagen, ich fordere den Immunitätsausweis für die, die Antikörper haben, weil sie die Krankheit schon hatten, aber die Geimpften dürfen da nicht eingetragen werden. Was soll denn das für eine absurde Überlegung sein? Na, Frau Unterberger, Sie verreiten sich hier völlig. Sie kennen weder den Antrag, der im Landtag präsentiert worden ist. Da ging es darum, die Menschen aufzuklären, auch über die natürliche Immunität. Das ist etwas, das wir zum Beispiel auch gesehen haben, dass wir in Südtirol angefangen haben zu impfen. Und die Kampagne dazu, die Aufklärung der Bevölkerung, die eigentlich zwei, drei Wochen davor starten hätte müssen, ist zwei Wochen danach gestartet. Und wir haben hier einfach gefordert, dass man die natürliche Immunität in der Strategie der Landesregierung einbaut und im zweiten Artikel die Aufklärung darüber. Beide wurden abgelehnt. Deswegen, bitte versteigen Sie sich hier nicht. Und man merkt auch, dass Sie anscheinend nicht in den letzten Wochen das verfolgt haben in Südtirol. Ich glaube, hier haben ganz andere Kräfte für bestimmte Mobilisierungen gesorgt. Gehen wir mal einen Punkt weiter. Frau Unterberger, es war... Lassen Sie mich... Der Beschlussantrag heißt, Immunitätsnachweis als Strategie zur Pandemiebekämpfung. Lesen Sie sich bitte den bestehenden Teil. Also ich glaube eher, dass Sie Ihren eigenen Antrag nicht kennen. Gut, dann lassen wir mal diesen Beschlussantrag beiseite und sprechen nochmal von diesem Impfpass, Frau Unterberger. Denn er soll vor allem dem Tourismus Nutzen bringen. Er soll den Sommertourismus fördern. Das haben Frank... Spanien, Griechenland gehören zu den Erstunterzeichnenden, die einen solchen Impfpass fordern. Hilft der in erster Linie jetzt der Wirtschaft oder den Geimpften? Ja, ich denke beiden. Also für die Geimpften ist es sicher schön, wenn sie in den Urlaub fahren können. Und für die Wirtschaft ist es natürlich sehr wichtig, dass eine bestimmte Personengruppe, und es gibt ja Länder, wo schon viel mehr Leute geimpft sind, zum Beispiel England oder Israel, dass die wieder reisen können. Für die Fluggesellschaften, für die Kreuzfahrten, für die Hotels, Restaurants, ist das natürlich ein Potenzial. Und ich sehe nicht ein, warum man das jetzt wegsperren soll, nur weil man eine Neiddiskussion schürt, dass andere, die noch nicht diesen Impfpass haben oder noch nicht immunisiert sind, sagen, solange ich nicht darf, dürfen die anderen auch nicht reisen. Was soll das für ein politischer Denkansatz sein? Was sagen Sie dazu? Der Denkansatz ist ganz einfach. Es reicht ein negativer Test, um reisen zu können, solange wir uns in einer Ausnahmesituation finden. Und irgendwann muss die Normalität natürlich wieder vollends da sein, dass man sagt, man hat über die verschiedenen Wege, die man hat, sowohl die Impfung, sowohl die natürliche Immunität. Und ich bin überzeugt, dass die Pharmaindustrie in den nächsten Monaten auch Medikamente, vielversprechende Medikamente bringen wird, wo wir uns wieder auf die Kranken konzentrieren können und nicht auf die Gesunden. Denn derzeit machen wir ja genau das Gegenteil. Da wir konzentrieren uns auf die Gesunden anstatt auf die Kranken und wir müssen eben alle Wege gehen und nicht uns fixieren auf diesen einen Weg. Das hat schon im November nichts gebracht, wo es geheißen hat, jetzt alle freitesten, um Weihnachten retten zu können und so weiter. Und ich warne davor, wirklich immer diese Alternativlosigkeit zu bringen, sondern einmal mit ein bisschen Abstand, mit allen Möglichkeiten, die man hat, auch für eine bestimmte Vernunft und Sachlichkeit wieder hineinzubringen. Und das, was Sie vorher gemacht haben, auch Frau Unterberger, das trägt eigentlich nur dazu bei, dass die Diskussionen sich noch mehr aufheizen. Die Menschen sind eh schon am Zahnfleisch, weil die Hilfen nicht kommen, weil jeder weiß, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen wirklich schauen, alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, zu nutzen und so schnell wie möglich auf normal umschalten, wie es andere Länder auch gemacht haben. Und jetzt hier voll auf die Impfung zu setzen, als einziger Weg, in Ihrer Presseaussendung haben Sie ausschließlich gesagt, das ist der einzige Weg, den wir haben. Und da muss ich einfach sagen, nein, das ist er nicht, wenn wir auf die Zahlen weltweit anschauen. Und noch einmal sicher, ich selbst habe überhaupt kein Problem mit der Impfung, aber mit dieser Alternativlosigkeit, wobei man noch nicht einmal weiß, ob man, je nachdem welche Mutationen noch kommen, diese Impfung erneuern muss, vielleicht jährlich, und wir immer wieder das gleiche Theater erleben, kein Impfstoff da, schon diskriminierend, also es wird noch lange Zeit dauern, bis ich mich impfen lassen kann und so weiter. Warum sollen wir nicht in der Zwischenzeit einen Test, einen negativen Test verwenden können, jetzt übrigens mit dem Nasenflügeltest, der schnell geht, im letzten Jahr sind wir alle ohne Test mit den normalen AHA-Regeln in den Sommerurlaub gefahren. Frau Unterberger, also Sie wären alternativlos, Sie würden keine Alternative vorschlagen als zum Impfpass, was sagen Sie denn dazu? Ich sage noch einmal, der Herr Leiter Redner redet wirklich wirres Zeug. Was heißt alternativlos? Es gibt natürlich neben, also einmal muss man die Impfung vom Impfpass unterscheiden, weil wir sprechen jetzt vom Impfpass und nicht von der Impfung. Die Impfung ist natürlich die Hauptstrategie in der Bekämpfung dieser Pandemie. Das sagen alle. Aber bis nicht alle geimpft sind, gibt es mehrere Maßnahmen. Es werden noch die Zonen beibehalten werden. Es werden noch bestimmte Bereiche geschlossen sein. Die Menschen können noch nicht zu ihrem normalen Leben zurückkehren, um eben das Virus in Grenzen, in Schranken zu halten. Aber eben die, die bereits immunisiert sind, die könnten normal leben. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum man das irgendwie unterbinden sollte. Ich finde das jetzt weder alternativlos noch unkreativ. Herr Leiter Redner sagt ja immer, man solle kreative Lösungen finden. Er hat ja immer dem Gesundheitslandesrat vorgeworfen, es gäbe keine kreativen Lösungen. Ich finde, dieser Impfpass ist eine sehr kreative Lösung. Daran arbeiten jetzt die EU-Staaten und wollen bis 17. März einen Vorschlag vorlegen, weil es soll ja hauptsächlich darum gehen, die Grenzen zu überschreiten, ohne jetzt die Tests machen zu müssen. Für die anderen, die den Test trotzdem machen müssen, bringt es auch eine Erleichterung, weil sie werden nicht mehr so anstehen müssen und es wird nicht mehr so ein Gedränge sein, weil es einfach weniger sind. Und die anderen, also die anderen, ich sage nicht Privilegien, sondern Freiheitsrechte, die die einzelnen Staaten einräumen wollen, wie Kinobesuche, Theaterbesuche und so weiter, die entscheidet dann jeder Staat selbst. Die Grenzüberschreitungen werden EU-weit gemeinsam beschlossen und was man mit diesem Impfpass oder mit dieser Green Card, damit es nicht so auf die Impfungen beschränkt ist, dann machen kann, das entscheiden die einzelnen Staaten in ihrem Innenverhältnis. Frau Unterperger, Sie sind jetzt in Rom. Die Regierung arbeitet schon an diesem neuen Regierungsdekret. Ministerpräsident Draghi, für ihn ist es das Erste. Haben Sie denn das Gefühl, dass Italien jetzt auch dann imstande sein wird, die Impfungen hochzuschrauben? Es ist die Rede sogar von sechsmal so viele Impfungen pro Tag, die durchgeführt werden sollen. Wird es denn soweit kommen? Ja, Draghi hat das zur Chefsache erklärt, weil in Italien ist ja das Problem nicht nur, dass es zu wenig Impfungen gibt, sondern hauptsächlich, dass es logistisch nicht umgesetzt worden ist. Deswegen hat er jetzt den Kommissar, der für das zuständig war, den Herrn Akuri ausgetauscht, möchte das Heer mit einbeziehen, die Hausärzte mit einbeziehen und will wirklich eine Impffensive machen. Ich muss sagen, wir in Südtirol waren eine der fleißigsten Provinzen. Wir haben schon über 80 Prozent des Impfstoffs aufgebracht. Für uns wäre es eher das Problem, dass wir mehr Impfstoff bekommen müssten. Aber auch hier setzt sich jetzt Draghi ganz vehement in Europa ein, dass die Pharmakonzerne die Lizenzen zur Produktion des Impfstoffes verkaufen müssen, weitergeben müssen, dass neue Produktionsstätten in ganz Europa geschaffen werden. Und auch sollte es so sein, weil das kann wirklich sein, dass man sich jedes Jahr impfen muss, dann wird es sicher nicht mehr zu den Engpässen kommen, zu denen es jetzt gekommen ist. Das hat man ja auch mit den Masken gesehen. Am Anfang waren keine Masken im Umlauf, jetzt gibt es überhaupt keinen Engpass mehr. Also Europa war auf so eine Pandemie nicht vorbereitet. Und natürlich ist es zu manchen Engpässen gekommen, aber die Anpassungskraft und der Anpassungswille ist auch groß. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Probleme in nächster Zeit gelöst werden. Und diese Diskussion lenkt natürlich auch sehr stark davon ab, oder sie eignet sich sehr gut davon abzulenken, wie Europa im internationalen Vergleich dasteht. Denn es hat alle gleich betroffen. Die ganze Welt war unvorbereitet. Und wenn wir uns die Zahlen der WHO anschauen und auch die Wirtschaftszahlen, dann sehen wir, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch der ostasiatische Raum uns hier wirklich im Regen stehen gelassen haben. Also wir haben es hier nicht auf die Reihe bekommen. Und auch die EU hat es nicht auf die Reihe bekommen, dass Großbritannien jetzt schon 30 Prozent verimpft hat. Und die EU, die selber zugegeben hat, und da hat von der Leyen das ja offen zugegeben, dass sie hier zu wenig, dass sie hier Fehler gemacht haben, dass sie zu wenig Impfstoff besorgt haben und vor allem zu spät zugelassen haben. Und das muss man halt auch ehrlicherweise dazu sagen, und ich sage es noch einmal, runter von diesem Panikbaum und zu sagen, als wäre die Impfung das Einzige. Wir haben viele Möglichkeiten. Ich bin sicher, dass die Südtiroler mehrheitlich darauf warten, geimpft zu werden. Also ich kenne in meinem Umfeld sehr, sehr viele Menschen, die davon überzeugt sind, vor allem auch ältere Menschen. Aber mit diesem Impfpass würden wir in der Folge, in zwei, drei Jahren, wenn wir die Herdenimmunität ja auch schon beisammen hätten, müsste sich ein junger, 20-jähriger, gesunder Südtiroler impfen lassen oder einen Nachweis über seinen Gesundheitszustand erbringen, um ins Kino zu gehen, in der Fußballmannschaft zu spielen oder bei der Musikkapelle mitzumachen. Also irgendwo, wo fängt es an, wo hört es auf. Und deswegen sage ich es noch einmal, nicht versteifen auf den Impfpass, sondern versuchen wir alle Möglichkeiten zu nutzen, die uns weiterbringen und endlich zum Normalzustand kommen. Und irgendwo muss man sich auch eingestehen, nach zwölf Monaten der Pandemie beziehungsweise auch der unterschiedlichen Maßnahmen, die man getroffen hat. Und wir sehen es. Können wir es uns überhaupt leisten, weiterhin so gezielt auf nur einen Weg zu gehen? Oder müssen wir einfach uns eingestehen, dass das Virus einfach bleiben wird und wir auch mit dem Virus zu leben haben? Frau Unterberger, die Kritik, die der Herr Leiter Reber aufgebracht hat, war auch, dass man so etwas wie einen Impfzwang, einen indirekten Impfzwang mit diesem Impfpass umsetzen würde. Nein, es ist kein Impfzwang, sondern jeder kann sich weiterhin testen, um die gleichen Rechte zu haben, wie jemand, der geimpft ist. Es ist halt eine Vereinfachung der Menschen, die sich impfen lassen oder die eben schon immun sind aufgrund einer Krankheit. Und ich glaube nicht, dass diese Menschen, nur weil es eine bestimmte Anzahl von Impfgegnern gibt, nicht in der Zukunft frei leben könnten. Ob was in zwei, drei Jahren ist, Herr Leiter Rebner, das ist jetzt auch wieder ein absurdes Argument, dass sich in drei Jahren ein junger Mann impfen lassen wird muss. Das weiß man ja noch nicht. Wir wissen nicht, ob dieses Virus mutiert, ob wir es jedes Jahr mit einer anderen Mutante zu tun haben oder ob die Herdenimmunität einsetzt und wir uns alle nicht mehr impfen müssen. Also ich würde einmal vorschlagen, wir schauen auf die nächsten zwei, drei Monate und da ist bis zum Sommer dieser Impfpass, ich sage Green Card, weil eben die Immunität aufgrund einer Krankheit und aufgrund einer Testung auch eingeschrieben sind, sicher eine sehr gute Möglichkeit, um sich frei bewegen zu können und ein annähernd freies, normales Leben zu führen. Also dieses Thema wird uns noch begleiten in den kommenden Monaten, vor allem wenn die Europäische Union dann Entscheidungen treffen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich in Rom bei Julia Unterberger und bei Andreas Leiterreber für das Diskutieren hier im Studio.